Jo Leute was geht ab? Ich bin's wieder euer Raton und heute spielen wir mal ein bisschen Call of Duty Infinity Warfare und ja ich würde sagen wir legen auch direkt los und gucken mal was heute so lustiges passiert so wir spielen Hardcore Herrschaft ich habe noch nicht so viele Klassen freigeschaltet da ich mit dem Account jetzt gerade mal auf Level 7 bin also versuchen wir jetzt hier einfach mal mit den Standard Waffen ein bisschen klar zu kommen und ich hoffe dass wir dieses mal etwas schaffen denn ich habe da einfach Bock drauf ja verlieren macht keinen Spaß Leute nein verlieren macht keinen Spaß aber wenn man alleine spielt und nur Lappen im Team hat was will man machen was könnt ihr mir das erklären Könnt ihr mir 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 so Charlie wird gesichert komm wir packen uns die 10 bis 50 Punkte hier der Gegner hat A ich bin noch keine Maschine ich bin noch keine Maschine ich bin noch keine Maschine ich bin ein Mensch auf Fleisch und Tum oder darf ich glaub ich bin eine Maschine gell ist klar Leute ist klar ja 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 ich sehe nicht mal seinen Kopf also ich habe ihn für eine Sekunde zwar gesehen aber das war es auch schon guck mal guck mal guck mal was ein ich sag gar nichts dazu ich sag gar nichts dazu er kämpft sich in die Ecke und wartet auf mich alter das gibt es doch nicht Digger warum rennst du dich weg wenn du meine Granate siehst Digger warum rennst du nicht weg wenn du meine Granate siehst welding diga warum rennst du nicht weg wenn du meine Granate siehst C wird gesichert. Feindliche Versänger in Deckung. Wo kommst du mir? Ja. Natürlich. A wird gesichert. C wird gesichert. Charlie gesichert. Der Panzer hat die Hälfte geschafft. Unterwegs. Look, 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 look at this. Somebody come look at this. Look at this. Somebody come and look at this. Look at this. Guck mal, ey, das gibt's doch nicht. Call of Duty, guck mal, wenn man Rainbow spielt oder so, okay, dann camp doch. Das gehört zum Spiel dazu auf jeden Fall, ja. So, was heißt campen? Bei Rainbow ist das nicht campen, sondern einfach taktisches Vorgehen, ne. So ungefähr würde ich das jetzt mal nennen. Aber bei Call of Duty gibt es nichts schlimmeres, als wenn die Leute hier campen, Alter. Geht das richtig auf den Sack einfach. Bravo, gesichert. Feindliche Drohne in ihrer Nähe. Also dazu sag ich jetzt auch nichts. Die werden bei W gebraucht. Charlie wird gesichert. Wir schießen einfach komplett an jedem, Alter. Wir schießen einfach komplett an jedem, Alter. 1.000 auf jeden Fall. Verwendete Drohnen-Unterstützung, Anti. Also ich würde sagen... Schade. Läuft es gar nicht mal so schlecht. Die werden bei W gebraucht. Die werden bei W gebraucht. Der Masjonenpaket bringt in den Luftraum ein. ganz kurz. Nice Digger. Sie werden bei C gebraucht. Die Runde ist fast beendet. Ich gehe die Strategie der nächsten Runde an. Ach komm! das war nichts halbzeit so was haben wir denn ratung 10 viel zu wenig viel zu wenig viel zu wenig ich muss hier echt noch warm werden einfach digga digga wie kann man so schnell sein ich verstehe das nicht verwendete drohnenunterstützung aktiv lass mal deine filme digga so ich glaube ich muss mal hier wie sie runter machen das glaube ich zu schnell so ich für mich so ein bisschen besser klar wir verlieren der feind hat feindliche drohne in ihrer nähe der feind hat so jetzt ist doch der stein ins rollen gekommen so jetzt läuft doch jetzt läuft's doch meine frisse hier echt verbündeter worden unterwegs leute jetzt will ich euch sehen jetzt will ich euch sehen jetzt will ich mal sehen was ihr hier macht feindliche drohne sie wird gesichert na ja irgendwie hat er da so einen komischen move gemacht da bin ich nicht so drauf klar gekommen gerade tja der versucht da irgendwie mein worden abzuschießen aber nicht mit mir also und die das ist Hey, Digga, ich war doch drauf, Alter, komm! Juhu! Jetzt schauen wir mal, was dem Ding hier geht, nein, schön, Digga, und trotzdem verloren, Alter, guck mal, 41 zu 21, und trotzdem verloren, was willst du machen? Wir haben unser Bestes gegeben, ich habe auch versucht einzunehmen, guck mal, ich habe 6x erobert, 2x verteidigt, und guck mal, was meine Teamkameraden gemacht haben, außer hier der eine Nebula, der hat auch ein bisschen was gemacht, aber ansonsten, nix, nix und wieder nichts. So Leute, das war es auch schon, falls das Video euch gefallen hat und ihr Bock drauf habt, dass ich weitere solche Videos aufnehme, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, euer Ratun, Peace! so f Untertitelung des ZDF, 2020